Es ist immer etwas Besonderes in der WM, vor allem in Brasilien, da kommen Kindheitsträume, die erfüllen sich dort. Und ja, das ist etwas Besonderes, dieses Land, diese Tradition, da freut sich jeder drauf. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht immer unbedingt mittendrin, aber das ist auch hier der Fall. Das ist jetzt nicht unbedingt auf die Nationalmannschaft bezogen. Ich versuche mich eher dann am Rand zu halten. Das entspricht meiner Natur, muss nicht unbedingt immer mittendrin sein, aber ich gehöre dazu. Wurde super aufgenommen und bin mittlerweile ein fester Bestandteil.